Hallo Leute, seien willkommen, euer Remi Mo wieder am Start, Cyberpunk 2077 und zwar, was machen wir? Wir machen die letzten unentdeckten Ebenvisionen, die wir so machen können, was einfach machen. Ich habe mir Kippen draus gedreht. Und du, wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also, schönen Tag. Space Odyssey. Lasst euch nicht stehren. Es wird schwer, wenn du uns hier am Arsch hängst. Musst du nicht irgendwo sein? Was ist denn im Aktenkoffer? Du hast in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Haha, wer weiß. Bist du vom Fundbüro oder sowas? Sowas geht nicht einfach verloren. Darin werdet ihr nichts außer Ärger finden. Wir haben ihn gefunden. Wirklich. Wie du meinst. Aber glaub mir, diejenigen, die danach suchen, werden keine Fragen stellen. Worauf wartest du? Gib ihn ihm. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern. In den Müllcontainern. Da drüben. Ach, scheiße, Josh. Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was? Im Ernst? Und ich dachte, ihr wärt voll die erstklassigen Söldner. Zieht euch. Okay. Nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? So, Mission aktualisiert und suche den Aktenkörper optional und finde die gleiche des Besitzers. So, wir hackern uns hier morgen durch. Nein, doch verkleid. Das ist echt nicht das Maul halten, oder? Das ist einfach der Marsch! Naja, komm. Schade, können wir gar nicht nochmal versuchen. Nein, wir wollen doch den Koffer. Eigentlich. Bis die... Sehen wir mal, was wir hier haben. Noch keine Leichenstache. Erst ein paar Stunden tot, maximal. Das hier braucht er nicht mehr. Ja, scheiß doch die Wand an. Sieh an, was haben wir denn hier? Hier. Ich führe die Startsequenz für Gegenstand 64F5B aus. Okay. Nö, da können wir aber gar nichts weiter machen. Wir gehen zum Absturzort. 1 km. Da müssen wir jetzt hier mal weiter weg. Absturzort. Wo haben wir denn unser Bike? Da müssen wir mal kurz rüber gehen. Auf zu einem Absturzort. separat und wegnen L Worthen, Armada наж're. Hal Maintenance. två Blätter Vorig. Dissert möchte Trennig überlegen. Trennig überhalten ist steep. Trennig der Vorigז anке Koffer denctorump大的 Spielweisen. Space, oder sie? Nein, wir wollten doch nicht da absteigen, hallo? Sollen wir rein fahren? Die Wurst-Witze Die Schalte Das riecht ja schon wieder mal nach... Ja, ja... Ja, das haben wir uns leider... Ja, das ist so... Und wieder! Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ich muss schneller nachfahren. Ich neutralisiere alle Gegner. Drei von sieben haben wir erst. Vier von sieben. Vier! Vier! Na los, komm mal! So, sieben von sieben. Der Moment der Wahrheit. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Aber, was hat er das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendeine Bonzer hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Pah, mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Wir träumen weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in Nullkommanichts Schlange stehen. Okay, Mission abgeschlossen. Space Odyssey. Ja, ganz ehrlich gemäldet werden. Wir haben ja nicht wirklich vor, das Ding da zu verkaufen. Alles klar Leute. Danke fürs Zuschauen. Wer möchte, kann gerne... Dazu wollte ich einsammeln. Wer möchte, kann gerne ein Like da lassen und den Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Keine Ahnung, tut sich auf die Sommel. Lass einfach. So, das war die Mission jetzt hier. Und so viele gibt es ja gar nicht mehr. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, falls euch irgendwas auf der Seele brennt. Ansonsten schaut es mir gerne vorbei. Euer Remi. Bis wieder mal.